Die Sommerzeit ist da und ich wünsche Ihnen und Euch gute Erholung. Einen schönen Urlaub und für diejenigen, die leider keinen Urlaub machen können, trotzdem ein paar ruhige Tage. Aber ich wünsche mir auch, dass wir alle daran denken, dass diejenigen, die Kellnern, die in Hotels arbeiten, häufig unter sehr niedrigen Löhnen arbeiten müssen. Der Mindestlohn, auch der erhöhte, ist viel zu niedrig. Ja, ein guter Lohn, gute Arbeit für gute Renten sind notwendig. Das sollte uns auch im Sommer begleiten.